So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast. Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheidt spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Borussia Dortmund macht weiter unerklärliche Fehler, darf aber dennoch noch aufs CL-Halbfinale hoffen. Ja, und auf Schalke ist mal wieder viel los. Auf der einen Seite gibt es ein Musiala im S04-Trikot. Es gibt aber auch wieder internen Knatsch. Es gibt richtig Stress in Gelsenkirchen. Und wenn ich das betone im Schalke-Kontext, dann will das schon was heißen. Wir schauen heute bei Fußball Inside auf Borussia Dortmund und auf den FC Schalke 04. Und es wirkt vielleicht ein bisschen gehetzt, was ich hier gerade anmoderiere, aber das hat gute Gründe. Denn Andi Ernst, das Leben eines Sportredakteurs, du musst im Prinzip heute so wie bei Wetten, das mal wieder frühzeitig los. Dein Flieger wartet, ist gleich Schalke-PK. Und ja, da kann man erwarten, dass was verlautbart wird. Also ich entschuldige mich dafür, dass ich heute frühzeitig abhaue. Das habe ich noch nie gemacht. Aber es ist ja in Zeit hier. Wir zeichnen um 12 Uhr auf in Essen und um 13.30 Uhr ist PK in Gelsenkirchen. Und dann wäre schon gut, wenn ich da heute ein bisschen eher bin. Das wird, glaube ich, ganz spannend, wegen der Sachen, die wir jetzt besprechen. Also wenn ihr es guckt, wird die PK schon gelaufen sein. Da könnt ihr dann auch nachlesen, was dort gesagt wurde. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht gucken. Wenn ihr es guckt oder schaut und alles zur laufenden PK und auch die Artikel, die du natürlich veröffentlichen wirst im Laufe des Tages, all das landet am Ende in den Shownotes. Also heute Fußball in Zeit mit unserem Schalke-Reporter Andi Ernst. Ich habe gar nicht Hallo gesagt. Glück auf. Und wir reden heute auch über den BVB-Funke-Nachrichten-Chef Martin Herms. Du bist auch da. Wir teilen es aber auf. Erst Schalke, dann BVB. Timecodes werden natürlich in die Folge gepackt. Das heißt, ihr könnt zu euren Lieblingsvereinen, zu euren Lieblingsstellen skippen. Mein Name ist Nils Halverscheid und ich bin auch dabei. So, Andi, Schalke. Wir fangen, glaube ich, beim... Wir gehen heute mal nicht ganz chronologisch durch. Normalerweise besprechen wir erst den Spieltag. Das schenken wir uns jetzt mal. Das ist eine bittere Geschichte gewesen. Auf der einen Seite schön. Uedra Ogo trifft. Auf der anderen Seite Seguin mit diesem Fußspitzen-Eigentor. Wir können gleich gerne noch ein bisschen über das Spiel reden. Aber was natürlich gerade im Fokus steht in der Schalke-Berichterstattung, ist der, ich nenne ihn mal, Beef um Dominik Drexler. Wurde aus der Mannschaft verbannt. Trainiert mit der U23. Karl Gerrits hat diese Entscheidung getroffen. Das Ganze nach einem ausschlaggebenden Vorfall. Er hat seine Einstellung schon vorher bemängelt. Aber ein Schoko-Shake war letztendlich, ja, ein Schoko-Shake-Wurf war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Mehrere Tropfen sozusagen, ja. Genau, an der Wand. Ja, also man könnte ja sagen, eigentlich diese Woche war der Beef Air beim VfL Bochum mit dem Trainerwechsel. Und Schalke hätte eigentlich mal nach einem Auswärtspunkt mal eine ruhige Woche. Aber es ist und bleibt der FC Theater 04. Und dementsprechend kann man sich manche Probleme auch selber machen. So würde ich das, mein erster Satz dazu, ich habe ganz, ganz, ganz viele Telefonate geführt. Also wirklich in 15 Jahren Schalke Reporter habe ich noch nie so viele Telefonate geführt wie in den vergangenen Tagen. Weil ganz viele Leute ganz viel zu erzählen haben und ganz viele, ganz viel Meinung dazu haben und die Situationen schildern. Dass es auch echt schwierig ist, also wenn man die Blätter hier, wenn da die Geschichten draufstehen würden, die ich so gehört habe und die aufeinander legt, dann ergibt das auch kein stimmiges Bild. Und das ist das Ganze, was es so schwierig macht. Auch diese Erzählungen zeigen, wie diffizil die Situation gerade ist, wie wenig einig sich da ein paar Gruppen sind. Und es kulminiert dann in diesem Rauswurf von Dominik Drexler oder dieser Verbandung in die U23. Aber ich glaube, Rauswurf trifft es in diesem Fall doch deutlich besser. Und ja, ist das eine Lappalie? Ist das keine Lappalie? Dominik Drexler kam vom Platz runter und war fünf Minuten später schon, ist ja schon durch die Mixzone gelaufen. Ich war ja da in Hannover. Und in der Zwischenzeit, es waren noch nicht mal alle Spieler in der Kabine, konnten gar nicht alle sein, weil viele sind doch noch in der Hannover-Kabine gewesen, haben alte Kumpels getroffen und so. Was hat er gemacht? Ich meine, Herms hat lange Amateurfußball gespielt, war halt beleidigt. Die einen sagen deshalb, die anderen sagen deshalb. Und hat dann einen Schokoshake an die Wand gefeffert. Der ist halt zerplatzt, da waren ein paar Sachen dreckig, da war ganz viel auf dem Boden, er hat es nicht sauber gemacht, ist in den Bus gegangen. Jeder, der mal gespielt hat, weiß, kann schon mal gegen die Tür getreten werden. Ja, ist aber natürlich nicht in Ordnung so, weil man kann das jetzt nicht, man soll das jetzt nicht rechtfertigen, so geil, dass er es gemacht hat so, sondern ist natürlich nicht in Ordnung, da hat er das Ding auch nicht wegwischt, ist jetzt auch nicht okay. Es ist eine Entgleisung gewesen, das muss man festhalten. Es ist eine Entgleisung, aber es ist, glaube ich, keine Entgleisung, warum man dieses megagroße Fass aufmachen muss. Die offizielle Begründung von Karl Gerraths, der seitdem nicht gesprochen hat und das gleich bei der Pressekonferenz tun wird. Weshalb du so früh da so bist. Genau. Er hat sich in letzter Zeit häufiger über die Mannschaft gestellt. Das ist ein Spruch, den ich so gerne erklärt hätte. Das heißt, über oder vor? Nee, über. Also Dominik Drexler wird in die U23 geschickt, weil er in der Vergangenheit, so war, glaube ich, das Zitat, so ungefähr grob zusammengefasst, weil er sich in letzter Zeit zu oft über die Mannschaft gestellt hat. Abgehoben. Oder wie soll man das sagen? Ja, keine Ahnung. Zu viele, also übersetzt, für mich, klingt das so nach, hat einfach zu oft sein Ego-Ding durchgezogen. Da würde ich gerne mal wissen, wie, weil egal, mit wem ich telefoniert habe, die haben alle gesagt, frag doch mal den Trainer, was ich da noch tun werde. Was hat der denn gemacht? Weil die können sich das nämlich nicht erklären. Dominik Drexler ist keiner, also der hat diese Saison noch kein Interview gegeben, mal, weil er nicht angefragt worden ist, weil er verletzt war, aber auch, weil er kein Typ ist, der viele Interviews gibt. Guck mal, google mal Dominik Drexler Interview, da wirst du nicht viele finden. Der ist auch nicht bei Social Media aktiv, da kann er sich auch nicht über die Mannschaft gestellt haben und in der Mannschaft selber ist ein großer Teil, vertraut ihm. Da gibt es mehrere Gruppen, das haben wir ja schon oft thematisiert in dieser Mannschaft, dass sie schlecht zusammengestellt ist, dass es Grüppchen gibt, die sich untereinander auch jetzt nicht so gut verstehen, dass sich da im Sommer ganz, ganz, ganz viel ändern muss, dass es da einen Riesenumbruch geben muss, das ist ja auch bekannt und das ist eben auch die Gefahr. So einen Typen wie Dominik Drexler, den hat man eigentlich in jeder Sportmannschaft, das ist so einer, der ist halt alt, der ist erfahren, der ist eben sportlich nicht mehr so gut, der ist auch häufiger mal verletzt. Jeder Alte hat auch nicht nur Freunde in der Mannschaft, da gibt es auch Leute, wenn der Alte mal wieder, der Alte Erfahrene in der Mannschaft auch mal wieder mault, dann gibt es auch Leute, die sagen, nein, also was macht der denn da schon wieder so, das ist auch klar, aber die meisten sagen, der ist halt doch ein Führungsspieler, ein Alphatier, einer, der schon vorne weg geht. Das ist so, Schalke verliert 3 zu 5 in Düsseldorf, Trainer Karre Gerrath sagt so, tell me, was ist hier, was ist so eure Meinung? Keiner steht auf, Dominik Drexler steht auf. So, das ist halt ein Beispiel. Aber das ist ja auch schon ein Knackpunkt irgendwo gewesen, anscheinend die Situation. Es ist natürlich immer schwierig, dieses Kabinengeflüster, auch so ist es gewesen, zu übertragen. Also Karre Gerrath wird und hat es bisher auch bestritten, weil das ist ja, Dominik Drexler hat seitdem insgesamt nur noch 28 Minuten gespielt. Man kann jetzt sagen, er war bei den Vortrainern, bei den Vorgängern, und davon gab es sehr, sehr viele, war er eigentlich immer gesetzt. Genau, also wenn er nicht mal verletzt war, er ist halt häufiger verletzt, er war immer eine wichtige Person. Es gab nicht nur einen erfahrenen Spieler, die zu Karre Gerrath gegangen sind, er läuft schlecht auf dem Platz, wir brauchen auf dem Platz einen, der wirklich vorangeht und der auch mal dazwischen hauen kann und der lautstark ist. Sie sagten, wir brauchen Dominik Drexler, aber er hat nicht gespielt. Karre Gerrath hat immer begründet mit Trainingsleistungen, dabei hat Dominik Drexler so trainiert wie immer, der ist halt noch nie ein Trainingsweltmeister gewesen. Aber der hat ja auch nicht schlecht trainiert, der hat einfach trainiert, wie er seit 15 Jahren trainiert. Wenn er erfahren ist, das weißt du auch, dann nimmst du halt auch mal im Training, dann machst du einfach mal 10% weniger, aber so hat er halt schon immer trainiert. Und begründet wurde es mit Trainingsleistungen, ich glaube das Zitat von Gerrath war, er gibt mir im Training nicht das, was ich brauche. Deswegen ist er ab und zu mal aus dem Kader geflogen und so und da schwelte schon immer ein Konflikt. Und so, dass natürlich der Gedanke naheliegt und den haben auch viele im Verein geäußert, dass der Gerrath damals nicht umgehen konnte, damit das Drexler ihn für die Taktik in vernünftigem Tonfall, so habe ich es gehört, einfach kritisiert hat. Und seitdem war ein Split zwischen den beiden. Das ist doch ein bisschen absurd. Der Chefcoach geht hin und sagt mutmaßlich, liebe Leute, sagt mir mal bitte, wenn was war, dann stehst du auf und du sagst mir gerade auch noch, der Tonfall war vollkommen in Ordnung. Also es gibt immer viele Sachen, die ich gehört habe, aber das sind, ich kann jetzt auch nur Fakten darstellen, wie Karel Gerrath bisher darauf reagiert hat. Da kann man jetzt auch nichts gegen sagen, wenn er sagt, die Trainingsleistungen sind nicht gut genug für meine Ansprüche, dann kann man da jetzt auch nicht widersprechen. Vielleicht ist es halt wirklich so, nur die Fakten und so wie man Dominik Drexler kennt, die erlauben auch eine andere Interpretation. Auch ich als Reporter muss ja vorsichtig sein mit dem, was ich formuliere so. Also da Fakten zu finden, ist dann auch verdammt schwierig. Ich kann nur aus dem, was ich bekomme als WhatsApp, aus dem, was ich bekomme als Mail, aus dem, was ich bekomme telefonisch, das kann ich halt nur, das liegt dann auch vor mir und ich muss dann interpretieren. Man muss ja vielleicht auch gerade nochmal so einen Mini-Exkurs in die journalistische Arbeitsweise an dieser Stelle machen. Es gibt ja viele Gespräche, die stattfinden mit, ich nenne sie jetzt mal ganz allgemein, Informanten unter drei, wo du zum Beispiel als Schalke-Reporter Hintergrundinformationen erhebst. Das sind Informationen, die sind für dich und deine weiteren Recherchen hilfreich, aber definitiv nicht zur Veröffentlichung geeignet und das ist ja auch dieser Drahtseilakt. Genau und das sind dann auch Gespräche, da ist dann völlig klar, dass derjenige, der dann die Informationen preisgibt, ist halt auch Quelle und es gibt Quellenschutz. Jeder Einzelne, der ein Informant für den Journalisten ist und dann sagt, nee, mein Name wird aber nicht veröffentlicht, genießt dann auch Quellenschutz. Und so ist das in dem Fall natürlich auch und dass das Schalke nicht gefällt und das Schalke, das dann dementiert, ist dementsprechend dann auch klar. Ich will aber auch klar sagen, es sind Teile der Mannschaft. Es sind natürlich echt wichtige Teile der Mannschaft, die erschüttert über diese Entscheidung waren, die jetzt nicht mehr so viel Vertrauen zu Karre Geratz haben. Das kann man ganz klar sagen, es sind aber auch jetzt nicht komplett alle. Also es gibt zum Beispiel einen, das haben wir dann auch geschrieben, das ist Paul Seguin, der ist, das sagt Karl Geratz, fast in jeder PK, ist einer seiner Schlüsselspieler. Und Paul Seguin hatte am Anfang einige sehr schwierige Wochen, also er war in der Vorbereitung verletzt und er kam in seiner Situation überhaupt nicht klar und hatte schon mit dem Gedanken gespielt, den Verein so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Und der ist jetzt quasi so die Nummer eins des Trainers auf dem Platz. Das sieht man auch, er hat die absolute Schlüsselrolle und dass das mit den Gruppen nicht zusammenpasst, ist ja dann auch klar. Ich weiß, es gibt den Spruch, da zahle ich auch gerne fünf Euro für, man muss nicht elf Freunde auf dem Platz sein. Aber man sollte sich wenigstens einigermaßen verstehen und man sollte sich nicht komplett gegenüberstehen in einer Mannschaft. Weil man muss natürlich sagen, zur Wahrheit gehört auch klar, du hast mit Sicherheit ein Lager, das Karl Geratz absolut nicht mehr leiden kann, du hast mit Sicherheit Befürworter und dazwischen gibt es ja auch noch Spieler. Es gibt ja auch Leute, die haben da einen Arbeitsvertrag und die wollen da Fußball spielen und dafür bezahlt werden. Und ich will aber vor allen Dingen nicht die Mannschaft schützen, das möchte ich auch nicht, ich möchte die Mannschaft nicht in Schutz nehmen. Es kam ja die Meldung vom Kicker gerade noch, dass die Mannschaft 400.000 Euro Sonderprämie bekommen hätte, wenn sie sieben Punkte gegen Karlsruhe, Nürnberg und Hannover geholt hätte. Das ist jetzt schon nicht mehr möglich, aber das ist eine Mannschaft, die ist zusammengestellt worden, um Erster in der zweiten Liga zu werden, meinetwegen Zweiter. Und die brauchen jetzt 400.000 Euro Anreiz, um gegen drei Mannschaften, die zwischen den Plätzen 5 und 9 stehen, einigermaßen zu bestehen. Da siehst du auch, wie die Vereinsführung über diese Mannschaft denkt. Also was ist das für eine Mannschaft, die dann in sich zerstritten ist, die sehr viele FC-Kindergarten-04-Streitigkeiten austrägt, die dann auch noch so einen Anreiz braucht. Also da muss es im Sommer, wie ich gerade schon sagte, auch in der Mannschaft ganz, ganz viele Änderungen geben. Und ich würde dann auch nicht bezweifeln, dass Karry Gerraths noch Trainer ist in der kommenden Saison, weil er hat natürlich die Gelegenheit, da ganz viel auszutauschen, sollte der Klassenerhalt gelingen. Und dass dann all seine Kritiker nicht mehr da sind, wobei auch bei ihm steht auch noch ein Fragezeichen dahinter. Es schwebt ja immer noch das Gerücht der FC Brügge im Raum, das hat er selber nicht dementiert. Also auch da, es ist einfach alles unklar, also auch FC-unklar-04. Wie würdest du denn sein Verhältnis zu Marc Wilmutz einschätzen? Ah, Gedankeleser. Gedankeleser. Das hat mich jetzt interessiert, genau. Weil, wie es auch geschrieben, die haben es gemeinsam entschieden mit Rexhaar. Genau, ja, also die haben es gemeinsam entschieden. Es ist jetzt nicht so, dass Marc Wilmutz noch der höchst angesehenste Mensch in der Kabine ist, weil er natürlich sehr viel, sehr großen Einblick hat. Und nach Meinung der Leute, die jetzt mit Karry Gerraths und mit der Entscheidung nicht mehr so richtig leben können, dass die dann auch denken, was macht der denn da, dass der da in einer Meinung ist und so. Das können die da nicht so richtig verstehen und es ist dann schon mal zu hören. Wobei bei den ganzen Telefonaten, die ich geführt habe, auch dann zwischendurch mal sehr viel Spott dann im Spiel war. Man redet sich dann ja auch mal in Rage rein und so. Deswegen muss man da auch manchmal den Ton dann in der Interpretation ein bisschen runterfahren. So von wegen, dass jetzt nicht, dass sie auch deshalb keinen Trainerwechsel wollen, weil dann Marc Wilmutz wahrscheinlich übernehmen würde. Und ihm trauen die Spieler dann noch weniger. Zwischen Karry Gerraths und Marc Wilmutz ist soweit, ich das jetzt beurteilen kann, alles okay. Alles okay, also die stehen dann noch auf einer Länge. Marc Wilmutz hat Karry Gerraths ja auch nach einer dieser schrecklichen Auswärtsniederlagen das komplette Vertrauen ausgesprochen. Er hat gesagt, wir reden nicht über Trainer, er will Kontinuität. Und man muss bei Karry Gerraths auch immer dazu sagen, das vergisst man ja gerne in Deutschland, weil man es gar nicht so mitgekriegt hat, hat, das ist ja erst das zweite Jahr für ihn als Cheftrainer. Der ist erst im zweiten Jahr Cheftrainer. Das ist so vergleichbar in Deutschland. Wer ist in Deutschland gerade im zweiten Jahr Cheftrainer und gerät dann an diese Mannschaft, an diese schwierige, schlecht zusammengestellte Mannschaft, die nicht mal von ihm zusammengestellt worden ist. Und dass einen das dann überfordert, der auch zum ersten Mal eine andere Fußballkultur kennenlernt. Er hat in seiner aktiven Karriere nur für belgische Vereine gespielt, zwar für große Vereine, also Standard Lüttich, FC Brügge und so, aber das ist halt nicht vergleichbar mit Schalke 04, dass ihn das auch ein bisschen überfordert, ist fast sogar verständlich so. Dann fehlt dir die Erfahrung dann im Umgang mit solchen Alphatieren. Genau. Weißt du, wenn du jetzt als Beispiel, wenn du Friedhelm Funkel als Trainer hättest, der ist 70 Jahre alt, der hat in seinem 40-Jährigen, 40, warte mal, 40, 70, der ist seit 50 Jahren im Profifußball dabei, so ungefähr. Den, der hat alles erlebt, so als Beispiel. Aber Karaj Gerrath im zweiten Jahr als Cheftrainer, wenn du dann noch selber deine Linie entwickelst, wenn deine eigene aktive Karriere noch nicht so lange vorbei ist, wenn du als Charakterzug, was immer wieder über ihn gesagt wird, wenn er auch schon verdammt stur ist und sehr stolz auch, dass das dann auch mal dazu führt, ist dann fast sogar noch menschlich verständlich. Zwei Sachen noch, Andi. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich schon blöd genug, wenn das einmal passiert. Du hast einen mannschaftsinternen Konflikt, der nach außen dringt, weil er einfach so anspielt, weil er immer heißer und heißer wird, weil es ein loderndes Ding ist, mannschaftsintern. Wäre einmal schon blöd genug, muss man vorsichtig zu formulieren. Aber du hattest ja eine ähnliche Situation auch schon mit Thomas Reis. Auch da hast du ja dann Kritik gehabt, die teilweise sogar in Interviewsituationen geäußert worden ist. Also das kann ja jetzt nicht die Linie auf Schalke sein. Deswegen kann man diese Mannschaft auch nicht schonen. Es ist ja mittlerweile der fünfte Rauswurf, vorübergehende Rauswurf in dieser Saison von vier verschiedenen Spielern. Zuerst hat es Baumgartel erwischt in St. Pauli, dann Ovia, nachdem er in Düsseldorf dem Trainer den Handschlag verweigert hat. Dann Fährmann, der ist ja auch mal für einen Spieltag aus dem Kader geflogen, wegen des Interviews im Sportbild. Jetzt ist Baumgartel rausgeflogen und in die U23 geschickt. Jetzt ist Drechsler rausgeflogen und in die U23 geschickt. Wahnsinn, das ist Profifußball. Das ist Profifußball. Gibt es halt in einer Kreisliga, da hat vier Spieler insgesamt fünfmal in einer Saison einfach mal rausgeführt werden. Da hast du mal fünf Spieler, die einfach nicht erscheinen am Spieltag, weil die in der Disco versackt sind. Aber es ist halt auch Kreisliga. Das ist sportlich. Das ist halt Profifußball. Deswegen will ich jetzt auch unbedingt in den 16 Minuten, die ich hier geredet habe, das ist halt wichtig zu sagen, ich will jetzt hier nicht ein komplettes Karre-Geratz-Bashing machen für die ganze Aktion, dass es vielleicht falsch war, Dominik Drechtser zu feuern, dass er jetzt eine Baustelle aufmacht, die total unnötig ist. Es ist total unnötig, sich jetzt mit der halben Mannschaft oder sogar mehr anzulegen durch so eine Aktion. Das ist echt schwierig, vielleicht auch seiner Unerfahrenheit geschuldet. Aber diese Mannschaft, das war nie eine Mannschaft, das habe ich schon immer gesagt hier an dieser Stelle. Und die jetzt, also die kann man nicht mehr in Schutz nehmen. Das ist definitiv so. Es gibt nur eine Möglichkeit aus der Sache jetzt nochmal mit einem kleinen positiven Wort rauszukommen. Und zwar, wenn wir über Musiala im S04-Trikot reden. Du hattest es geschrieben, Asan Uedraogo, ich hätte gerne noch intensiv mit dir über Wechsel, ja, nein, und ist ja ein Schalker-Jungen geredet, schaffen wir heute nicht. Es wird auch ein schönes Spiel, Samstag gegen Nürnberg, das hättest du, wenn Drechsler nicht gewesen wäre, dann hättest du natürlich das schön drehen können auf Can Usun gegen Uedraogo, Deutschlands größte U17-Talente und so. Und das wird schon wirklich schön anzusehen. Und das Tor war ja schon ein irres Tor. Nicht nur, wie er das vollendet mit dem Schuss ins linke Eck und wie er vorher die Leute aussteigen lässt, sondern er hat ja auch gezeigt, dass er physisch mithalten kann. Der ist 17 Jahre alt und flext dann irgendwie seinen Gegenspieler weg mit so einem Stiff-Arm und so. Das war schon aller Bonheur. Und wie wir das an dieser Stelle, habe ich das glaube ich auch schon mal gesagt, er könnte den Unterschied ausmachen im Abstiegskampf. Und wenn er so spielt und wenn er so Tore stießt, dann macht er den Unterschied aus. Andi, lass uns so verbleiben. Wir reden demnächst mal über Asan Uedraogo, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Ich glaube, die Erklärung ist gut, ihr werdet das verstehen. Ich könnte natürlich noch mehr reden, aber... Du kannst ja immer noch mehr reden. Ja, es ist natürlich sehr schwierig und vor allen Dingen, wenn man so viele Leute gesprochen hat, das alles dann einzuordnen ist nicht ganz so leicht. Ich hoffe, das habt ihr dann jetzt auch so ein bisschen mitgekriegt. Ich glaube, du hast das gut vermittelt. Andi, keiner wird dir böse sein, würde ich einfach mal behaupten. Alles klar, Glück auf. Auf nach Gelsenkirchen. Glück auf. Und alles, was Andi mitbringt, ist am Ende natürlich in den Shownotes. Verlinke ich euch alles. PK-Live-Ticker. Und da geht er da hin. Martin, ich muss erstmal durchatmen. Ja. Das war jetzt wirklich... Haben wir schon ordentlich durchgepeitscht. Das war jetzt wirklich eine Nummer. In 18,5 Minuten einmal kurz der komplette mannschaftsinterne Konflikt auf Schalke 04. Ich höre da gerne zu. Ich meine, du, Andi hat es gerade angesprochen, du hast ja selbst gekickt. Fast auf Champions-League-Niveau. Fast, ja. Hast du solche Streitigkeiten schon mal erlebt? Was war das Höchste, was du gespielt hast? Bezirksliga. Hast du sowas schon mal erlebt? Sicherlich mal ähnlich. Also klar, gibt es Streitereien oder so. Es ist immer abhängig von einzelnen Personalien. Auch mal mit dem Trainer, dass sich Grüppchen bilden, ist nicht neu. Aber wie Andi gerade eben schon sagte, ein ist Amateurfußball, ein ist Profifußball. Und da muss man schon schaffen, dass sich die Verantwortlichen zusammenreißen, gerade in so einer schwierigen, prekären Lage, in der Schalke gerade steckt. Also da hängt ja so viel von ab. Der Verein, der wäre vielleicht tot, wenn die absteigen würden. Und dass es da nicht schafft, sich irgendwie sechs, sieben Spieltage irgendwie zusammenzureißen, boah, schwierig. Ich meine, Karel Gerratz muss ja auch gewusst haben, was er damit bewirkt. Also ein Trainer muss wissen, wie wichtig ist der einzelne Spieler. Wenn ich den jetzt rauskicke, was passiert dann? Das ist der Punkt. Muss er das schon wissen, wenn er noch so kurz ist? Ich meine, er muss doch nicht so einen Fass aufmachen. Dann setze ich ihn auf die Tribüne bei dem Spiel oder so. Dann geht es ja einigermaßen geräuschlos. Aber U23. Aber direkt U23, er muss doch wissen, was er da für einen Fass aufmacht. Und ja, ist schon heftig, finde ich. Gerade jetzt vor so einem wichtigen Spiel. Schalke braucht noch ein paar Punkte, ich sage mal so sechs bis acht Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und dann fokussiere ich mich darauf und dann ist gut. Es hätte so schön sein können. Es hätte so schön sein. Versteht uns nicht falsch. Das ist natürlich Nürnberg-Schalke. Also natürlich ist das eine Fanfreundschaft, aber in der Liga sind sie schon nah aneinander. Also da wird jetzt ja keiner Hände halten und sagen, jeder schießt mal ein Tor und dann ist Feierabend. Das wird schon ein, glaube ich, spannendes Spiel in Liga 2. Aber es ist ja auch immer ein von Freundschaft und von Gemeinsamkeit. Natürlich, auf den Zuschauerrängen auf jeden Fall. Klar, Schalke braucht unbedingt diese drei Punkte. Nürnberg ist jetzt auch nicht gut drauf. Ein Punkt aus den letzten drei Spielen, da ist auf jeden Fall einiges drin für Schalke. Aber ja, man wird sehen, was diese Geschichte jetzt letztlich mit der Mannschaft gemacht hat. Kann für Schalke nur hoffen, dass es einigermaßen gut ausgeht, weil die Punkte brauchen sie schon. Sonst wird es wieder richtig, richtig eng. Jetzt also Borussia Dortmund. Die brauchen noch ein paar Türchen. Wir werden es gestern gesehen haben, wir alle haben es gesehen. Da bist du auswärts in Madrid und du hast dem BVB angesehen, das, was da an Kulisse aufgeboten worden ist. Das hat gewirkt. Und du warst nicht da? Ich war nicht da. Ich war nicht da. Du nicht. Aber wir haben jemanden, der da war. Aber der Kollege Christian Wob war international unterwegs und hat uns noch aus Madrid Eindrücke vom Spiel gestern geschickt. Buenos Dias aus Madrid und hallo nach Deutschland. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Kollegen und ich gestern Abend noch ein wenig ins Schwitzen gekommen sind in der zweiten Halbzeit des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid. Denn unsere Analysen, die gingen allesamt in eine sehr, sehr negative Richtung in Sachen BVB. Am Ende hat Dortmund ja immerhin noch ein 1 zu 2 geschafft. Das ist erst mal ein okayes Ergebnis. Man hat im Rückspiel kommende Woche in Dortmund noch alles in eigener Hand, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Und mit diesem Minimalziel ist der BVB ja hier nach Madrid gereist. Das Metropolitano hat sich wie zu erwarten war als echter Hexenkessel erwiesen. Es war eine super intensive Atmosphäre gestern. Auf allen Tribünen haben die Fans ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht. Diego Semione ist gefühlt mehr Kilometer gelaufen als alle Spieler auf dem Platz zusammen. Die Fangesänge waren extrem laut. Und diese Atmosphäre, so ehrlich muss man sein, hat den BVB gerade in der ersten Halbzeit beschäftigt. Denn ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass wir bis zur Mitte der zweiten Halbzeit ungefähr einen sehr, sehr negativen Blick auf den BVB geworfen haben. Fangen wir mal ganz von vorne an. Nach vier Minuten der erste Patzer, ein schlechter Pass von Gregor Kobel auf Ian Marzen, der den Ball verstolpert. Atletico bedankt sich. Und ja, 20 Minuten später eine Slapstick-Einlage zwischen Mats Hummels und Nico Schlotterbeck. 2 zu 0. Der BVB stand mit dem Rücken zur Wand in Madrid. Er hat eigentlich überhaupt nichts zustande gebracht in der ersten Halbzeit. Nur ganz, ganz selten mal überhaupt über die Mittellinie gekommen. Er hatte wieder große Probleme mit dem aggressiven Pressing der Spanier. Er ließ sich hinten einschnüren. Er kam überhaupt nicht zur Entlastung. Es fehlte die Struktur, die Resistenz im Pressing. Ja, und dann kommt halt das dabei rum, was da gestern zu sehen war. Gegen eine nicht absolute Spitzenmannschaft in Europa, aber natürlich eine der höchsten internationalen Klasse. Und diese Probleme, die steppt der BVB, ja, eigentlich schon durch diese Saison und ja, gegen Teams wie Atletico eben, kommt das dann ganz, ganz deutlich zum Vorschein, welche Defizite man hat. Das kann man in der Bundesliga oft kaschieren gegen eher schwächere Mannschaften, weil dann die individuelle Klasse immer noch hält, um Punkte zu holen, Siege einzufahren. Aber in so einem Europapokal-Match bei Atletico Madrid, da wird das eben schwer. Edin Terzic war nach dem Spiel deshalb auch sehr, sehr selbstkritisch. Er hat gesagt, dass bei 2 zu 0 wegen diesem Gegner in diesem Stadion nach einer halben Stunde, da ist eigentlich Game Over für die Mannschaft. Aber sie hat sich zurückgekämpft, sie hat Moral bewiesen. Ja, und vielleicht ist Sebastian Haller gestern Abend zum Hoffnungsträger geworden. Er hat nicht nur den Anschlusstreffer erzielt, sondern er war auch nach seiner Einwechslung für Füllkrug, der einen ganz, ganz schlechten Abend erwischt hat. Ja, der Fixpunkt im Dortmunder Spiel, er war gefährlich, hat ein paar Bälle festgemacht, er hat die Seiten verlagert. Das war gut von Haller. Man hofft jetzt natürlich, dass er im Liga-Endspurt nochmal anklüpfen kann an das, was man sich eigentlich von ihm erhofft hat. Als Nummer-Eins-Stürmer im Dortmunder-Kader. Er war ja mit ein bisschen Schwung vom Afrika-Cup zurückgekehrt. Er ist halt zum Volkshelden geworden, hat die Elfenbeinküsse zum Titel geschossen. Danach hat er wieder eine alte Sprunggelenksverletzung, die aufgebrochen ist. Vielleicht war das so ein wenig der Impuls, ja, dieser Abend für ihn nochmal im Saison-Endspurt eine wichtige Alternative, vielleicht sogar die Nummer-Eins im Dortmunder-Sturm zu werden. Die Szene des Spiels aber, die hat auf jeden Fall Diego Simeone mit Sebastian Kehl zusammen geliefert. Beide standen sich mit Kopf an Kopf gegenüber. Es wirkte fast, als ob gleich so eine Kneipenschlägerei losgeht, wurde dann am Ende dann doch noch harmlos. Aber für mich war es die Szene des Spiels. Und damit verabschiede ich mich aus Madrid. Viel Spaß in Essen. Muchas gracias, Senor Wob. Wetter ist da auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Ich war ein bisschen neidisch, muss ich sagen, als ich das Video gesehen habe. Also am Aufzeichnungstag ist ja Donnerstag heute. Wenn ihr mal rausguckt im Ruhrgebiet, ist jetzt eher nicht so doll. Aber gut. Passt zur Stimmung, ne? Das gehört zum Job dazu. Das gehört zum Job dazu. Und ja, Christian spricht schon viel an, analysiert das schon gut durch. Grundsätzlich, ich habe es gerade eingangs schon angesprochen, es sind wieder diese unerklärlichen Fehler. Also in der zweiten Minute hätte es schon einmal knallen können. In der vierten Minute passiert es dann. Also Martin, du gehst in dieses Spiel rein. Und du bist einfach, man kann sagen, eingeschüchtert. Wie auch immer. Auf jeden Fall bist du nicht da. Ja. Also das Beste, was dem BVB passieren konnte, war am Ende noch das Ergebnis, dass du dann mit einem 1 zu 2 noch rausgegangen bist. Ich glaube, Atletico wird sich wirklich in den Hintern beißen. Die haben mehrmals die Chance zum 3 zu 0 verpasst und dann wäre es ausgewiesen für Dortmund. Ja, was du schon sagst. Ich kann es aber auch irgendwo ein Stück weit auch nicht nachvollziehen. Also da sind ja auch so Leute, so erfahrene Leute wie Mats Hummels. Der sollte da nicht wackeln, ne? Also klar, natürlich ist das eine ganz besondere Atmosphäre da. Laut ohne Ende, ne? Ist eine sehr erfahrene Mannschaft, gerade im internationalen Wettbewerb, die zwar jetzt in der Liga keine Bäume ausreißt. Die ist ja Vierter in der Liga, aber trotzdem international sehr erfahren, Top-Leute da drin, wie Griezmann, wie Koke, die alles schon erlebt haben. Und ja, dann die Zuschauer im Rücken und man hat irgendwie gedacht, boah, die zerbrechen an diesem Druck, ne? Also einmal an diesem Druck der Mannschaft, diesem physischen, diesem Vorchecking. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass Dortmund da Probleme bekommt, einfach gegen einen hochpressenden Gegner. Dazu noch diese Stimmung und das sah echt furchtbar aus in der ersten Halbzeit. Aber trotzdem darf das einfach nicht passieren. Ich meine, da sind Leute auf dem Feld, die haben ja den Anspruch, bei der EM dabei zu sein. Also, das wollen Nationalspieler sein und dann haben nicht wirklich viel Eigenwerbung betrieben, sowohl Schlotterbeck als auch Rummels. Das war ja wirklich gar nichts und das darf dir einfach nicht passieren. Also, dass du bei so einem Spiel dann dem Gegner zwei Tore schenkst auf dem Niveau, geht einfach nicht. Christian hat in seiner Schlagzeile nach dem Spiel geschrieben, Klassenunterschied zu Atletico ist Abbild der Saison. Das ist ein hartes Urteil. Ich würde jetzt nicht sagen, so ein bisschen zurückrudern, aber er hat es ja schon nochmal ein Stück weit eingeordnet. Man muss dann natürlich die Schlussphase ausklammern. Es hätte da auch noch, Julian Brandt als Beispiel zu nennen, gut 2-2 stehen können am Ende. Aber am Ende, Martin, sag gerne, wie du das interpretierst, was Christian geschrieben hat, will er ja nur sagen, diese Unsicherheiten, diese ewigen Wackler, dieses zu späte Aufwachen. Das ist das, was auch immer wieder in der Liga passiert, auch gegen schwächere Gegenden. Ja, das ist dann am Ende natürlich kein Zufall mehr. Das kann ja vielleicht mal in ein paar Spielen passieren, aber das ist einfach zu häufig der Fall. Und man sieht ja, dass die Qualität ja durchaus da ist beim BVB. Ich glaube schon, dass es an einer oder anderen Kaderstelle ein Qualitätsproblem ist, vor allen Dingen im Sturm. Ich glaube, dass so ein Mann wie Niklas Völkrug einfach an seine Grenzen stößt. Der als einziger wahrscheinlich mit zur Nationalmannschaft fährt allerdings. Ja, das spricht jetzt nicht unbedingt dann für diese Position bei der deutschen Nationalmannschaft. Da kannst du schon nicht nur hoffen, dass Kai Havertz fit bleibt und seine gute Form bestätigt. Nein, ist ja nicht so, als würde er nicht wollen. Aber ich glaube, der hat jetzt schon einen Monat kein Tor geschossen oder so. Und du hast einfach gesehen, in allen Bereichen, läuferisch, aber auch technisch, der kann keinen Ball festmachen. Der hatte 14 Ballkontakte insgesamt. Das ist einfach viel zu wenig, war überhaupt nicht im Spiel. Total untergegangen. Das ist natürlich eine Baustelle. Und ja, eine Mischung aus fehlender Qualität an einigen Stellen, aber auch dann eben Konzentrationsmängel. Also ich meine, wie oft ist Stotterbeck schon so ein Ding jetzt passiert? Er war da nicht alleine in dem Ding. Ich finde, Hummels, der hat da nichts zu suchen. Gegen Stuttgart auch, diese klassische, den muss man nicht machen Geschichte. Du stehst halt wirklich, was ist es, das ist noch nicht mehr als ein Meter vorm Tor gewesen. Ja, genau, aber die beiden müssen sich doch absprechen. Also was ist das für ein Amateurfehler? Also das darf einfach nicht passieren, solche Sachen. Und ja, wirkt dann irgendwie total verunsichert. Es ist dann so ein bisschen, und das darf dir wirklich in einem Champions League Viertelfinalspiel nicht passieren, es wirkt dann Slapstick, wenn du fast über deinen Innenverteidigerkollegen drüberfällst. Genau, das ist wirklich Slapstick gewesen. Und dann, ja, auf dem Niveau wird soweit einfach sofort bestraft, ganz klar. Jetzt sagt Christian, komm, wir kramen mal ein anderes M-Wort aus der Kiste. Er berichtet nicht von Mentalität, sondern sagt, hier geht es auch um Moral. Also der Vorwurf im Prinzip, was man da gestern gesehen hat, was man da, also Mittwoch gesehen hat, je nachdem, wann ihr die Folge schaut, dass nur eine Mannschaft so wirklich begriffen hat, worum geht es hier. Und das war die Heimmannschaft. Und ja, die Schlussfolgerung ist ja, die eine konnte oder wollte das nicht so richtig akzeptieren. Konnte oder wollte das nicht so richtig mitgehen? Ja, geht natürlich denkbar ungünstig los. Wenn du dann nach vier Minuten in den Rückstand gerätst, dann durch so einen krassen individuellen Fehler, der einfach nicht passieren darf, würde ich jetzt nicht nur Marzen die Schuld vergeben. Kurbel spielt ihn auf dem falschen Fuß an, er hat vorher die Möglichkeit, den nach rechts, nach links zu spielen. Also mehrere Optionen, wird genau die falsche. Und ja, dann fängst du vielleicht dann schon mal an zu wackeln als Mannschaft, wenn dann sowas passiert. Und gut, dann haben sie die Pause gehabt, haben Glück gehabt, dass sie das Dritte nicht bekommen haben. Haben dann ein bisschen umgestellt. Für mich war überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Brandt auf der Bank blieb und dann Matcher gespielt hat. Also der Schachzug ging überhaupt nicht auf. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich bringe den defensiv etwas stärkeren. Atletico sehr stark, sehr kompakt im Zentrum. Bringe ich nochmal einen, der dagegen hält. Brandt ist ja nicht gerade für seine Zweikampfhärte bekannt. Aber er hat trotzdem sehr viel Schwung reingebracht dann. Was man in der Schlussphase dann nochmal gesehen hat. Macht dann fast noch das 2-2. Ich finde, leitet das Tor noch mit ein, bereitet es vor. Das war schon ganz okay. Jetzt geht es erstmal in der Liga weiter. Viel Champions-League-Pause ist natürlich nicht. Das Halbfinale will ausgespielt werden. Und wenn wir jetzt auf die Bundesliga-Tabelle blicken, sehen wir Dortmund auf einem Platz Euro-League-Gruppenphase. Das ist absolut nicht das Ziel von Borussia Dortmund. Ist punktgleich mit Leipzig. Stuttgart in der Momentaufnahme entglitten, muss man sagen, durch die Niederlage. Du darfst natürlich so ein Spiel nicht zu Hause verlieren gegen Stuttgart. Das ist ganz entscheidend. Also gegen direkten Konkurrenten. Ganz bitter. Ja, und auch da wie. Da war es ja genau andersrum. Da hätte Dortmund vom Setting zehren müssen. Wie Atletico Madrid jetzt an diesem wunderbaren Champions-League-Abend in der spanischen Hauptstadt auch viel von der Kulisse gezehrt hat. Du hast den Geburtstag des Westfalenstadions. Das war ja wirklich eine wunderschöne Choreo, die da vorbereitet worden ist. Die Fans waren heiß. Und dann ist es am Ende, man muss ja, jetzt blicken wir schon ein bisschen weit zurück, aber man darf auf dieses Spiel auch noch mal schauen, wenn man über Konzentrationsmängel redet. Girassi ist da der Torschütze. Der gewinnt den Ball zuerst, kriegt den Ball zuerst im Mittelfeld. Wird eingeschnürt von vier, fünf Mann. Kein richtiger Zugriff gehabt, genau. Er spielt ab, geht ein paar Meter weiter. Da sind immer noch vier Dortmunder an ihm. Und dann ausgerechnet, wenn er von außen noch mal im Sechzehner angespielt wird, ist keiner mehr bei ihm. Keiner da, also. Ja. Jetzt sagen einige von euch wieder, wir sind zu hart. Nee, aber das ist echt amateurverteidigt gewesen. Das ist schon ganz gut geschildert, muss ich sagen. Die haben ja einen Plan gehabt offensichtlich. Die Szene gut angeschaut. Ich fand es auch super. Also als neutraler Beobachter fand ich auch total klasse. Da war ein super Angriff, sah toll aus. Aber darf, wie du schon sagst, natürlich so niemals passieren. A, musst du das viel früher unterbinden. Du musst aggressiver draufgehen. Notfalls machst du ein Foulspiel. Ja, und dann, was machen die Verteidiger? Rennen alle Richtung Tor und lassen den Stürmer, den gefährlichsten, dann am Sechzehner stehen und der haut den dann quasi unbedrängt rein. Ja, geht gar nicht. Du darfst einfach so ein Spiel nicht verlieren. Das wird dir wahrscheinlich möglicherweise am Ende die Champions League kosten, befürchte ich fast. Denn das Programm ist schon echt schwer. Du hast noch Leverkusen. Gut, da weißt du natürlich jetzt nicht, wie es da aussieht. Meinst du nachdem sagen, die Feierabend oder was? Kann natürlich passieren, weiß ich nicht. Aber Leipzig ist schon richtig gut drauf. Stuttgart ist, glaube ich, weg. Bayern sieben Punkte. Auch wenn die momentan ordentlich rumgurken in der Bundesliga, wirst du die auch nicht mehr kriegen. Das wird schon dann am Ende zwischen Leipzig und Dortmund entschieden. Nächster Gegner der Dortmunder dann Gladbach. Haben jetzt gewonnen, aber spielen natürlich bei weitem keine gute Saison. Ja, aber du weißt ja nie, welches Gesicht der Bewusstsein du dann sehen wirst beim Spiel. Also das ist ja irgendwie, Konstanz ist ja dann Fremdwort in Gladbach. Von daher ist das auch ein Spiel, wo du jetzt auch nicht als riesengroße Favorit reingehst. Das kann schon knifflig werden. Und da sind schon noch ein paar Aufgaben, die Dortmund zu bewältigen hat. Und boah, also das ist schon eine echt knifflige Angelegenheit. Und dann hast du direkt am Dienstag das Rückspiel, dann zu Hause. Und dann muss es andersrum laufen. Also dann muss am Ende die gelbe Wand, das Stadion, der Signale Duna Park, der Faktor sein, der den Unterschied macht. Ja, selbstverständlich. Ob das wirkt bei Atletico Madrid, weiß ich nicht. Bei so einer erfahrenen Mannschaft, bei so einer ausgebufften Truppe. Aber Simeone ist ja manchmal auch alleine lauter als ein Stadion, hat man das Gefühl so ein bisschen. Dass der einfach ganz Dortmund zusammenschreit. Aber ganz ehrlich... Ja, da muss man dagegenhalten. So wie es der Sportdirektor vorgemacht hat, finde ich. Also der ist stehen geblieben, okay. Das war okay. War das so ein Rematch am Dienstag zwischen Kehl und Simeone? Da glaube ich jetzt nicht dran. Aber nee, das war, finde ich, war ein gutes Zeichen. Er ist da stehen geblieben und fertig. Und so musst du es ja auch machen. Sind Emotionen drin? Sind Emotionen drin. Das passiert, würde ich jetzt gar nicht so bewerten. Natürlich ist das für uns eine coole Nummer, eine coole Story, tolle Bilder. Schaut man sich gerne an. Aber ja, emotionaler Typ und Kehl hat dagegenhalten, alles gut. Und genauso muss es halt im Rückspiel dann auch sein. Du musst dich einfach jetzt darauf besinnen, dass du eine gute zweite Halbzeit gespielt hast in Madrid. Darauf musst du dich jetzt konzentrieren. Vielleicht eine andere Herangehensweise finden. Lösungen finden im Spiel mit dem Ball. Auch da werden sie wahrscheinlich wieder früh pressen. Und ja, es gibt vielleicht ein paar Hoffnungsträger. Ich denke, dass Aller jetzt so langsam seine Chance bekommen wird vorne im Sturm. Füllkrug hängt ja wirklich komplett durch. Und ja, warum nicht mal Aller jetzt mal eine Chance geben wieder von Anfang an? Wir werden es am Dienstag wissen. Vorher gucken wir uns natürlich noch Gladbach-Dortmund an. Und jetzt haben wir natürlich unseren Schalke-Experten verloren. Wir haben drei Spiele. Du meinst, was die Tipps angeht? Was die Tipps angeht. Wir tippen die einfach durch. Ich würde einfach sagen, ich fange mit Schalke-Nürnberg dann. Ich mache den ersten Tipp Schalke-Nürnberg. Du tippst die beiden Dortmund-Spiele. Also du preschst vor. Und ja, wir gehen mal in der richtigen Reihenfolge durch. Dann starten wir natürlich mit Gladbach-Dortmund. Samstag 15.30 Uhr. Boah, Gladbach-Dortmund. Komm, 1 zu 2. Da gewinnt der BVB. Ich habe ja letztens bei Bayern auch 2 zu 1 getippt. Ja. Da war ja fast korrekt. Aber es war so ein Angsthasis. Ich kann nicht jede Woche dreimal 2 zu 1 tippen. Deshalb gewinnt Dortmund das. Ich tippe sowieso alles momentan. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich glaube ich 3 zu 0 für Bayern getippt oder so. Ja, du hattest auf jeden Fall einen hohen Bayern-Sieg. Ja, super. Aber bei mir war es ja nur ein Romantik-Tipp. Der war ja nicht rational. Aber gut. Manchmal lohnt sich Romantik dann auch noch. Ich tippe 0 zu 2. Ist auch ein Angsthause-Tipp. Aber einfach ohne Gegentor. Dann Schalke-Nürnberg. Wir haben es ja gerade auch ohne Andi schon angerissen. Auch sportlich für beide Vereine extrem wichtig. Immer ein Fest. Aber Schalke ist zu Hause. Und Schalke hat zu Hause wichtige Punkte geholt. Und schafft das auch wieder. Und gewinnt trotz Stress. Trotz internem Stress. 3 zu 0. Bisher haben es die Schalke ja immer geschafft, zu Hause irgendwie eine Antwort zu finden, wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen. Deswegen glaube ich auch, Nürnberg jetzt auch nicht wirklich gut drauf, dass die Schalke das Ding zu Hause gewinnen. 3 zu 1. Dann haben wir BVB-Atletico Madrid zum Schluss noch. Das ist Dienstag, 21 Uhr. Richtig knifflige Aufgabe auf jeden Fall. Tja, du musst gewinnen. Leider gibt es ja aus BVB-Sicht nicht mehr die alte Auswärtstorregel in der Champions League. Hätte ein 1 zu 0 gereicht. Boah, ich glaube 1 zu 1. Reicht nicht ganz für Dortmund. Puh. Ja, die Auswärtstorregel. Ich finde es übrigens eigentlich fairer. Also erstmal hört das gerechnet auf. Genau. Und am Ende ja, Faktorheim. Und man muss man drüber reden. Aber am Ende des Tages fand ich es halt nicht so das Gewicht. Aber jetzt zurück zu meinem Tipp. Meinst du, die machen das? Ja, ich möchte nicht nochmal 2 zu 0 tippen. Ja, dann sagst du nach Elfmeterschießen. Die machen... Ah doch, ich sag nochmal 2 zu 0. Die kriegen kein Gegentor. Die machen das. Die berappeln sich. Es ist ja auch drin. Atletico spielt jetzt auch nicht mehr auf dem Niveau, auf dem sie mal vor ein paar Jahren gespielt haben. Also auch gestern, klar, natürlich waren sie hoch überlegen in der ersten Halbzeit. Aber die haben schon einen schlagbaren Eindruck gemacht. Und deshalb schlägt Dortmund die und zieht ins Champions League Halbfinale ein. Vielleicht nicht ganz verdient am Ende, aber in großen Teilen dann nach beiden Spielen. So hoffen wir. Martin, danke, dass du hier geblieben bist. Wir haben ja Andi auf dem Weg verloren. Sorry nochmal, dass das heute ein bisschen von der Norm abgewichen ist, was wir hier gemacht haben. Aber Fußball inside, ihr seht, da ist drin, was draufsteht. Wenn was wichtiges ist oder wenn hier jemand einen Anruf erwartet, dann geht der auch schon mal aus dem Studio raus. Das ist halt Tagesgeschäft. Wir zeichnen hier Donnerstags auf. Und ja, eigentlich Fußballjournalismus, Sportjournalismus ist ja auch eigentlich sieben Tage die Woche 24-7, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Handy kann immer klingeln. So ist das. Versuche ich meiner Frau auch mal zu erklären, ist aber auch so. Gibt aber wenig Verständnis, nehme ich an, ne? Wenig. Liebe Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt heute. Lasst uns gerne ein Abo da. Alles, was jetzt zu Schalke noch dazukommt, findet ihr natürlich in der WAZ. Ihr seid auch verlinkt in den Shownotes, packe ich euch rein. YouTube, Spotify, egal wo ihr uns schaut oder hört. Gerne abonnieren und wir sagen, bis nächste Woche. Dann bleiben wir vielleicht mal wieder zu dritt. Gucken wir mal. Ciao, ciao. Ciao. Fußball inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.